Gestern hat er nur drei Mal einen Schädenküller mitgegeben. Jetzt haben wir mal einen Schädenküller gestohlen. Da hat er nicht gewartet, ne? Da haben wir doch uns selber, weil die so viel ist. Das ist das Ding. Wir müssen das eigentlich machen. Das ist einerseits mein Schädenküller gestohlen, wo er in der Doppelkrieg ist, und andererseits ist das ein Schädenküller. Das ist ein Schädenküller. Das ist ein Schädenküller.